Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf Linux Guides und heute schauen wir uns Sparky Linux an. Powered by Debian steht da drauf und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Wie bekommt man das System? Wir können das hier einfach runterladen, dann wählen wir hier einmal das Stable aus. Es gibt auch eine Semi-Rolling Instanz, die auf dem Debian Testing Branch basiert. Das ist cool, also Semi-Rolling, weil einmal in zwei Jahren das Ding fast zum Liegen kommt von den Updates, danach geht es dann wieder weiter. Das ist sozusagen so ein Release-Prozess von Debian, der sich jetzt seit Jahren auch bewährt hat und hier haben wir jetzt einmal unsere Sparky Stable Edition und hier haben wir verschiedene, ich sag mal, Editionen. Einmal ein LX-Cute-Desktop, ein Mate-Desktop, ein XFCE-Desktop und ein KDE-Desktop. Wir haben auch weiter unten einmal ARM-Pakete für Openbox und für den Textmodus und nochmal einen anderen ARM-Modus, sag ich jetzt einfach mal. 32-Bit haben wir hier nicht. Also Sparky Linux ist eher eine minimalistische Distribution, sie soll leichtgewichtig, sie soll schnell sein, sie soll absolut konfigurabel sein und genau das wollen wir uns gleich mal anschauen. Ich lade es mal herunter unter der Stable-Version und zwar die 7.2. Ich habe jetzt mal die XFCE-Version genommen. Ja, das habe ich auch schon gemacht, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt einfach mal rein. So, hier haben wir das, hier können wir einmal einstellen, Sparky Linux, US-English, Failsafe-Mode, Copy-to-Ram, Text-Mode, Boot-to-the-first-Harddisk und so weiter. Also ich sehe mal, ja, das ist ein anderes Menü, was man nicht so normalerweise hat. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf das allererste. Wir haben zwar kein US-English, aber das ist das, was mir noch am besten gefällt. Und hier haben wir eine schöne Startup-Animation, gefällt mir einfach gut, muss ich sagen. Und nach einer kurzen Zeit öffnet sich hier der Willkommens-Bildschirm Sparky Linux 7. Wir können hier einmal upgraden und so weiter. Ich möchte das Ding jetzt aber erstmal installieren. Von daher gehe ich hier mal links auf den Sparky-Installer und ich muss sagen, mir gefällt dieser XFCE-Desktop richtig gut. Das Thema ist cool. Die Icons sehen richtig gut aus. Das Menü unten, finde ich, sieht auch schick aus. Also der erste Eindruck, der ist schon mal da. Untrusted Application Launcher, da ist der erste Eindruck mal wieder direkt von weg. Wollen wir das jetzt launchen oder nicht? Ich möchte es in dem Fall auf jeden Fall launchen. Die ist natürlich schade, dass wir hier direkt begrüßt werden mit, ist das jetzt trusted oder nicht? Aber hier haben wir einmal unseren Sparky Linux Installer. Hier können wir einmal unsere Sprache auswählen. In meinem Fall ist es einmal Deutsch. Ich wähle weiter aus. Hier haben wir einmal unsere Region Europa. So wollen wir das. Zeitzone Berlin. Unsere Tastatur nehmen wir auch. Und dann können wir hier einmal unsere Festplatte einstellen. Ich wähle einmal Festplatte löschen aus und dann können wir auswählen, ob wir noch einen Swap haben wollen, ob wir eine Auslagerungsdatei verwenden wollen und so weiter. Ich nehme jetzt hier mal einen Swap mit Ruhezustand. Wir können nochmal ein verschlüsseltes System hier einstellen. Das ist schick. Dann macht er das hier direkt automatisch. Ich mache das jetzt einfach mal, um zu checken, wie er das Ganze dann verschlüsselt. Das würde mich dann sehr interessieren. Das wird dann irgendwie einfach ein Look-System. Sieht wohl so aus. Ich lasse es mal so. Ich bin gespannt, wie er das Ganze dann partitioniert. Wir können unser Installationsziel des Bootloaders einstellen. Das sieht soweit gut aus. Möchte ich in den Master Boot Record schreiben. Ich habe jetzt hier noch das alte BIOS-System. Sehen wir hier links oben auch. Ich muss sagen, diese Installationsseite, die ist genau das, was man eigentlich in der Regel möchte. Sie zeigt alles auf einen Blick an und das finde ich eigentlich ganz schick. Also der Calamares-Installer, das ist der Hintergrund. Den nutzen ja auch viele andere Distributionen. Der gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. So, weiter geht es mit dem Vor- und dem Nachnamen. Da gebe ich einfach mal Jean ein und als Namen nehmen wir einfach mal Sparky und als Passwort geben wir hier einfach mal ein hochsicheres Passwort ein. Dann können wir einstellen, automatisches Einloggen ohne Passwortabfrage nehme ich jetzt mal in meinem Fall und nutze das gleiche Passwort auch für das Administrator-Konto. Finde ich auch sehr gut. Lasse ich auch mal so und dann wähle ich weiter aus. Dann können wir hier einmal unsere Einstellungen hier nochmal übersehen und überdenken. Und wenn das soweit passt, gehen wir hier auf Installieren und dann freue ich mich da drauf. Währenddessen würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal die Webseite an, was die uns denn so zu bieten hat. Wir haben ja einmal unsere News und einmal aber auch die Vorstellung. Was ist Sparky Linux? Was soll Sparky Linux sein? So, ich habe das jetzt hier mal im Firefox übersetzen lassen. Warum Sparky? Das ist eine gute Frage. Warum sollte man das verwenden? Ist es ein schnelles, leichtes, anpassbares Betriebssystem? Hatten wir schon. Am Ende kommt eine vollwertige Standard-Desktop-Version, sagen wir es mal so, mit einer relativ entspannten Desktop-Umgebung, die nicht zu schwer aufliegt, sage ich jetzt mal. Also XFCE, LX-Cute und die anderen, die sind schon alle relativ leichtgewichtig, auch Mate beispielsweise. Es gibt auch nochmal eine Minimal-GUI-Version, womit man dann seinen eigenen Desktop nach den Wünschen erstellen kann, sagen wir es mal so. Eine Minimal-Client-Version für Leute, die keine grafische Oberfläche gebrauchen, ja mega. Ob man dann ein Sparky Linux wählt, weiß ich nicht. Aber gut, warum nicht? Dann nochmal drei Sonder-Versionen, Game Over für Computerspiele, Multimedia und nochmal eine Rettungs-Edition. Die habe ich jetzt hier aber, um ehrlich zu sein, nicht gefunden. Wenn ich jetzt hier mal auf Stable gehe, müsste hier irgendwo sein. Blind Open Box. Da finde ich jetzt selber nichts in den Releases, aber gut. Mit Sparky kann man etwa 20 Desktop-Umgebungen im Fenstermanager, ich sag mal, installieren. Das klingt zwar alles schön, aber wo kann ich das und wie kann ich das? Na klar, im Hintergrund ist es ein Debian, worauf das passiert. Debian kann ja quasi so ziemlich alles an Desktops. Aber wie das jetzt funktioniert, das zeigen sie jetzt erstmal nicht, beziehungsweise ich sehe auch keine 20 Desktop-Edition. Muss es auch nicht sein, aber ich finde diese Erbauzeit ist ein bisschen verwirrend. Was ich auf jeden Fall cool finde, dass Sparky Linux entweder eine Rolling Release, beziehungsweise Semi-Rolling Release hat und einen Stable Release. Bei der Semi-Rolling muss man nie wieder eine neue Version installieren, sondern das Ding geht immer in die nächste Version über und ist immer ein bisschen aktueller. Dafür etwas instabiler, sagen wir es mal so, aber für Debian-Verhältnisse instabiler. Ich würde trotzdem noch sagen, dass das ziemlich gut abgesichert ist. Und dann einmal das Stable-System, was dann halt die klassischen Versionen hat. Das finde ich auf jeden Fall cool. Dann sehen wir hier unsere Hauptmerkmale. Das Einzige, was mich an Hauptmerkmalen von Sparky jetzt wirklich überzeugt, so von außen stehend, sag ich mal. Also einmal, dass es relativ klassisch daherkommt, auf Debian basiert. Ist jetzt erstmal nichts zu Besonderes, aber ich glaube schick zusammengestellt. Aber hier ein paar ausgewählte Anwendungen, Multimedia-Kodex und Plugins und so weiter sind schon drin. Das ist ganz gut. Wir haben ein großes Repository mit vielen Zusatzanwendungen. Finde ich witzig, wie das jetzt hier übersetzt wurde von unserem Firefox-Translate. Und eine einfache Installation, das ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ja, das ist so ungefähr das, was Sparky Linux ausgibt. Wir haben hier auch nochmal ein Wiki. Aha, schick, schick. Und dann können wir hier uns die Sparky Linux Desktops anschauen. Okay, hier haben wir auch beispielsweise Trinity, was man installieren könnte. Das ist ja Haukes Lieblingsdesktop. Aber andere Desktops, die man unter Sparky Linux installieren kann, ist am Ende quasi genauso, wie wenn man sie unter Debian installiert. Aber ist schön, dass sie das hier auf jeden Fall auch im Wiki mit drin haben. Ansonsten haben wir hier im Wiki nochmal verschiedene Sparky-Tools. Einmal apt-ass. Okay, was ist apt-ass? Das ist am Ende eine Skript-Kollektion, sage ich mal. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Da wird Sparky Linux sein Ass ausspielen. Da bin ich sehr gespannt. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen. Ansonsten wird einmal Sparky Linux vor allem von einer Person mal wieder vorangetrieben. Das ist ja auch nicht anders wie bei Linux Mint. Es gibt aber auch einige, die da ordentlich mithelfen. Und ganz viele, die das übersetzen natürlich. Ist aber hier auch wieder eine kleine, aber feine Community, würde ich mal sagen. So wie wir uns Bodi Linux angeschaut haben. Wobei ich Sparky fast ein bisschen etablierter einschätzen würde. Wenn wir uns das Ganze mal unter DistroWatch anschauen, haben wir einmal MX Linux auf Platz 1. Sparky Linux ist auf Platz 23. Und Bodi auf Platz 36. Es ist ungefähr ein Indikator, sage ich mal, wie etabliert gerade eine Distribution ist. Es ist, ich würde mal sagen, nicht das Maß aller Dinge. Ob MX Linux jetzt häufiger genutzt wird als Debian oder als eine Arch Linux, was glaube ich auf Platz 20 erst kommt, weil es halt jeder kennt. Das geht nur nach den Seitenaufrufzahlen hier. Das ist so eine kleine Trendanalyse, wobei man da auch nicht zu viel rein interpretieren muss, meiner Ansicht nach. Wunderbar. Die Installation ist soweit erstmal abgeschlossen. Dann würde ich sagen, starten wir unseren Kollegen einmal neu. Wunderbar. Und der startet hier schon direkt und fragt uns jetzt nach einer Passphrase, nach unserem Passwort für die verschlüsselte Distribution. Ich gebe mal mein Passwort ein, um das zu entschlüsseln und dann schauen wir mal, was da passiert. Perfekt. Und jetzt erst kommt das Bootmenü. Das heißt, die haben das verschlüsselt über das Grub. Ich kenne das im F-Design gar nicht. Also über den Bootloader. Das finde ich sehr interessant. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Und hier sind wir nun jetzt hochgefahren. Hier haben wir unseren Willkommensbildschirm, einmal mit der Homepage, Forum, Wiki haben wir uns ja schon angeschaut. Das Git-Repo, dann kommen wir wahrscheinlich hier wirklich in das Git-Repository. Ja, das ist hier auch auf GitHub und hat hier insgesamt 134 Repositories. Das ist schon ordentlich was. Ja, cool, dass wir das hier direkt finden können. Eine Sache merke ich hier schon, der Firefox ist leider noch auf Englisch. Das ist natürlich schade. Der Rest scheint aber auch erstmal ganz okay auf Deutsch zu sein. Wobei, wenn wir nochmal den Welcome-Screen öffnen, der ist auch auf Englisch. Meine Güte, ich sage es nur an, mich persönlich stört das mit dem Englischen gar nicht. Aber manche von euch stört das sehr. Von daher bin ich da auch immer auf der Hut. So, einmal das App-Center schauen wir uns gleich an. Upgrade können wir uns auch mal anschauen. Da können wir einmal unser Passwort eingeben. Und dann wird apt-us-upgrade gemacht. Ich habe das Gefühl, dass dieses apt-us so eine Konkurrenz zu Linux-Assistent ist. Schauen wir mal. Ja, dann öffnet sich hier das System-Upgrade. Ich würde sagen, wir geben hier einmal Upgrade ein und sagen OK an. Es werden 387 MB an Archiven heruntergeladen und 408 MB an Plattenplatz. Das machen wir doch einfach mal schnell. Und dann installiert sich der Kollege auch schon. Wunderbar, das System ist jetzt auf dem neuesten Stand. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns doch mal das App-Center an. Das öffne ich jetzt hier einmal. Wir geben unser Passwort ein und dann schauen wir uns doch mal an, was denn da uns erwartet. Hier haben wir das Ganze und das wird mit JAD oder YAD gemacht. Das ist Yet Another Dialogue System oder sowas würde ich mal sagen. Und hier haben wir jetzt verschiedene Kategorien einmal. Accessoires, Desktops. Okay, es ist wirklich nicht zu viel versprochen. Ich war vorhin wirklich hart. Und zwar habe ich vorgeworfen, ja, wo kann man jetzt die Desktops installieren? Ich sehe das nicht. Ich war da doch etwas zu voreilig. Hier haben wir wirklich alle unsere Desktops. Cinnamon können wir installieren. Mathe, Sway, Window Manager, KDE Plasma, Enlightenment und so weiter. Da gibt es doch ordentlich was. Also wirklich, ich glaube, da ist echt nicht zu wenig versprochen worden. 4x6 sind 24 plus 5. 29 Desktops kann man hier installieren. Das ist schon ziemlich cool. Ich sage es, wie es ist. Ansonsten können wir hier beispielsweise mal in Office gehen. Schauen wir uns das mal an. Und dann können wir hier Addressbooks sehen, Spreadsheets, Texteditors, Others. Und dann können wir hier beispielsweise super coole Anwendungen wie, ja, Calcurse uns anschauen. Planner, Xane zum Scannen. Das sieht schon alles echt ordentlich aus. Manchmal sind die Icons doch etwas zu ähnlich. Aber das liegt daran, dass die wahrscheinlich wirklich alles gleiche Item haben. Icon meine ich. Aber das passt soweit. Gefällt mir ziemlich gut. Ich schaue mal, ob ich hier einen Passwortmanager finde. Ja, hier Passwort Gorilla, Passwort Save haben wir hier direkt. Qt Pass haben wir hier einmal. Key Pass X, das brauchen wir doch sowas. Wire Guard können wir hier direkt installieren. Nitro Key, cool. Clum TK, Clum Antivirus, IP Tables, okay. Da ist dann doch schon ordentlich mit drin. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. In der Grafik schauen wir auch einfach mal rein. Grafik, Editors, Blender finden wir einmal. Gimp, Inkscape, alle altbekannten. Das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Eine Sache, eine Frage habe ich natürlich immer. Kann beispielsweise die Anwendung Bitwarden installiert werden? Dafür gehe ich doch nochmal zu Security. Und wir sehen hier auf jeden Fall erstmal kein Bitwarden. Darin würde ich es jetzt mal, ich sage mal, vermuten. Ich gehe mal hier in die Suche. Und jetzt können wir ein Schlüsselwort suchen. Ich gebe mal Bitwarden ein. Und wir schauen mal, ob wir da was finden. Ja, leider hat er da nichts gefunden. Aber gut, dann ist es eben so. Aber trotzdem, mir gefällt dieses App Center schon ganz cool. Hier haben wir dieses apt-us oder apt-us. Und jetzt haben wir hier nochmal verschiedene Sachen, die man hier direkt erledigen kann. Fixed Broken Packages, Remove Package vom System, Install Package vom Local Drive. Also das sind schon wirklich coole Sachen. Leider nicht auf Deutsch übersetzt. Das muss ich jetzt dann hier doch mal anmerken. Aber ansonsten gefällt mir das hier ziemlich gut, was hier alles mitkommt. Install Language Packages. Wir geben Ihnen nochmal die Chance. Hier haben wir das Ganze. Ich wähle mal Deutsch aus. German. Und wähle einmal OK aus. Dann sage ich OK. Da wird jetzt anscheinend aber nichts runtergeladen. Oder doch hier. Firefox ESR. German Pakete werden heruntergeladen. Sehr cool. Thunderbird in German. Perfekt. Libro Office in German. Das sieht doch schon mal gut aus. Da haben sie jetzt ein bisschen was zusätzlich installiert. Wenn ich jetzt in Firefox nochmal neu öffne, ist er jetzt hier auf Deutsch. Cool. Genauso wollen wir das haben. Und dann können wir hier ein Full System Upgrade, ein Safely Upgrade System reinmachen. Ich glaube das wird ein Dist Upgrade und ein Upgrade im Hintergrund sein von apt her. Aber das sieht schon alles ziemlich cool aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Clean User Home Deer Cache. Das ist auch eine schöne Sache. Ich glaube das macht der Linux Assistant noch nicht im Home Verzeichnis. Das meine ich. Den Cache löschen wir nicht. Kann ich aber jetzt hier für jeden löschen. Und dann passt das so weit. Aber andere Caches löscht der Linux Assistant. Das ist schon ziemlich cool. Gut. Okay. Dann haben wir hier einmal dieses APT US. Ich sage mal. Fertig. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Aber aptus. Ansonsten gehen wir mal hier links unten in das Menü. Hier haben wir dann nochmal verschiedene weitere, ich sage mal Anwendungen. System Upgrade haben wir uns ja schon mal angeschaut. Aptus Upcenter haben wir auch schon angeschaut. Exilier. Das ist für mich neu. Ist wahrscheinlich so ein, ja ist okay. Ein Medienplayer. Erinnert mich ein bisschen an Rhythmbox Light. Cool. Finde ich schön. Mal wieder was Neues entdeckt. Und dann schauen wir uns doch mal den Rest so an, was denn da mitkommt. Wir haben jetzt hier einmal im Büro LibreOffice ganz klar, einen Dokumentenbetrachter, Einstellungen, die ganz normalen XFCE Einstellungen, so wie wir das haben. Eine Sache oder eine Frage hätte ich tatsächlich, was für eine XFCE Version hier mitkommt. Ich öffne hier mal den Dateimanager, das ist der Tuner und wir machen den Test mit F3. Das sieht gut aus. Von daher müssten wir auch die neueste XFCE Version haben oder eine der neuesten, die 418 auf jeden Fall. Damit können wir auf jeden Fall gut leben und das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Ein Ticken zu gut, bin ich auch ehrlich. Weiter geht es mit der Entwicklung. Da ist so ein Icon Browser drin. Naja. LibreOffice Draw haben wir einmal in der Grafik drin und ein Bildbetrachter. Sonst nichts, also nichts, womit wir wirklich sonst Bilder erstellen können. Ich klammer mal LibreOffice Draw hier aus. Dann gehen wir weiter mit dem Internet. Hier haben wir ein Firefox ESR ganz entspannt. Dann geht es weiter mit Rise Up VPN. Das schauen wir uns doch mal an. Kommen wir jetzt automatisch in VPN oder wie läuft das ab? Das ist wohl ein kostenloses VPN, was sich aus Spenden finanziert. Okay, cool. Und dann können wir hier jetzt, oder jetzt sind wir im VPN schon drin. Das heißt, das Ding bringt ein VPN direkt mit. Das finde ich, um echt zu sein, ziemlich cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Cool. Okay. Also wer ein kostenloses VPN möchte, direkt mit Swake Linux drin. Meiner Ansicht nach ist meine Meinung zu VPN, so wie beispielsweise NordVPN, CyberGhost VPN und so weiter, meiner Ansicht leider mehr fürs gute Gewissen anscheinend, dass sie wirklich in puncto Sicherheit helfen. Wenn ihr, ich sag mal, Serien schauen wollt, dann ist so ein VPN super, wenn das halt in anderen Ländern nur ist. Dafür kann man es wirklich gut nutzen, wobei da auch schon verschiedene Streaming-Anbieter dagegen vorgehen. Und ich denke, das wird auch noch weiter dagegen vorgegangen langfristig, weil die das eigentlich nicht wollen. Aber ich sag mal, in puncto Sicherheit bin ich da sehr zwiegespalten. Vor allem, weil irgendeine andere Instanz, sag ich mal, nochmal euren Internet-Traffic mitbekommt. Dafür nicht eurer Internet-Provider. Aber irgendeine Instanz gibt es immer, die euren Internet-Traffic mitbekommt. Von daher sind die ganzen VPNs, so wie sie verkauft werden, auf jeden Fall mehr Schein als sein. Jedenfalls im Endnutzer-Bereich, sag ich mal. Also es kann schon nochmal Vorteile bieten, wenn man beispielsweise sich irgendwo unterwegs befindet und sich dann zu Hause ins lokale Netzwerk einwählen möchte, dann ist ein VPN super. Oder auch ein Firmen-VPN. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber das jetzt hier direkt als Unsecured Connection zu bezeichnen, ich bin da ganz ehrlich so ein bisschen allergisch gegen. Aber cool, dass die da was mitbringen. Und ja, wenn es dann ein Projekt gibt, was sich da communitymäßig vereint, dann warum nicht? Aber ich würde dem jetzt nicht allzu viel Vertrauen schenken. Und generell keinem VPN-Anbieter, der nicht ich bin, bin ich ehrlich. So, dann geht es weiter mit Thunderbird haben wir hier. Cool. Cheese als Webcam-Programm. Und VLC, klar. Ein Desktop-Recorder. Voco-Screen-NG. Das habe ich letztens im Support das erste Mal gesehen. Jetzt sehe ich es schon wieder. Cool. Okay. Damit kann man wohl relativ einfach dann Bildschirmaufnahmen tätigen. Das sieht schon ordentlich aus. Ich persönlich würde fast da, also ein OBS auf jeden Fall vorziehen. Aber man kann hier dann direkt die Kamera einrichten und so. Das sieht cool aus. Ja, Voco-Screen-NG. Cool. Also muss ja nicht immer OBS sein. OBS ist da tatsächlich, glaube ich, nochmal etwas mächtiger und schwieriger einzustellen. Schön. Also ist wirklich auch eine coole Auswahl an Anwendungen. Auch Anwendungen, die ich so selber noch nie gesehen habe bis jetzt. Das spricht eigentlich für sich, sage ich mal. Dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Okay. Was kommt da rein? Wie kommt da was rein? Und das hat so ein bisschen auch wieder den Linux Mint-Gedanken, den ich halt eben mag. Man hat sich wirklich überlegt, wie kann man das System am besten zusammenbauen. Und das machen sie hier, glaube ich, meiner Ansicht nach, auf den ersten Blick ziemlich gut. Wir haben hier einmal unsere Synaptic-Paketverwaltung. Die können wir mal öffnen. Das ist eben apt in grafisch und sehr, sehr alt. Ist aber auch bei dem Linux Mint standardmäßig schon mit drin. Ist voll okay. Genau. Wollte ich nur nochmal kurz zeigen. Gparted haben wir direkt mit drin. Das GDB-Paket-Installationsprogramm. Wenn wir auf eine DB-Datei klicken, also doppelklicken, dann installiert er sich das schon sofort. Timeshift ist mit drauf als Systemwiederherstellungsprogramm. Das sieht alles ziemlich gut aus. Ich kann mich da nicht beschweren. Ja, im Zubehör schauen wir mal an, ob es da was Cooles gibt. Massenumbenennung. Ein Galculator. Ein sehr, sehr cooler Taschenrechner. Perfekt. Dann einmal der Raspberry Pi-Imager. Den habe ich hier gesehen. Warum nicht? Schaden tut er jedenfalls nicht. Ob den jetzt jeder braucht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber hey, das habe nicht immer ich zu bestimmen. Passwörter und Verschlüsselung. Das ist dann wahrscheinlich Z-Horse im Hintergrund. Genau. So müsste das heißen, oder? Ja, heißt Z-Horse. Genau. Ist das Gnome-Verschlüsselungsprojekt, sage ich mal. Wo dann irgendwelche Anmeldedaten und so weiter gespeichert werden. Ja, schön. Gefällt mir ziemlich gut, diese Softwareauswahl. Und ich hatte Sparky Linux ja schon letztes Jahr mal getestet. Und ich hatte es noch relativ gut in Erinnerung. Und ich würde sagen, diese Erinnerung bestätigt sich hier auf jeden Fall. Wir haben hier ein schönes, aufgeräumtes Debian-System, sage ich mal. Was aber schon eher diesen Linux-Mint-Gedanken nochmal verfolgt, was auch PopOS macht. Die versuchen wirklich das Beste aus ihrem System rauszuholen. Sind sich nicht zu schade, da komplett eigene Tools zu entwickeln. Aber meiner Ansicht nach das wirklich mit Sinn und Verstand. Ob ich die Aufmachung dieses Aptos App-Centers beispielsweise wirklich empfehlen kann, weiß ich nicht. Mir gefällt das jetzt nicht so gut. Aber es kommt ja eher auf die Funktionalität an und nicht auf das Aussehen. Und das ist doch schon einmal ordentlich. Und ja, die Benutzerfreundlichkeit, dass die Suche hier extra ist, dass das Fenster kurz verschwindet, hier ein komplett anderes Fenster kommt, das BN ein bisschen verschoben ist und so. Das muss man schon sagen, ist jetzt nicht so gut. Auch hier, Flatpack ist jetzt erstmal nicht standardmäßig drin. Das sind so Sachen, die sind voll okay. Damit kann man leben. Aber ja, man merkt eben, dass das Sparky Linux dann eher, ich sag mal, funktionaler gehalten ist, anstatt dass es wirklich ein super tolles Benutzerlebnis gibt. Aber trotzdem muss ich sagen, so administrativ kann man sich da wirklich nicht beschweren. Auch mit diesem Aptos hier, mit den verschiedenen Skripts, die man hier noch findet. Das ist schon einfach tolle, ganz, ganz große Klasse. Das haben viele andere Distributionen nicht. Also von daher ist das wirklich hier auch Meckern auf einem relativ hohen Niveau, sage ich mal. Mit Punkten, die für viele wahrscheinlich gar nicht gewichtet sind, sage ich jetzt einfach mal. Gefällt mir ziemlich gut dieses Sparky Linux. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr ein Debian wollt, was schon fertig eingerichtet ist, was sinnvoll eingerichtet ist und mit sinnvollen Tools kommt. Ich würde sagen, es ist ein erweitertes Debian. Und das gefällt mir einfach ziemlich gut, bin ich ehrlich. Ja, was ist eure Meinung zu diesem Sparky Linux? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist natürlich eher für ältere Rechner gedacht. Ich persönlich würde jetzt ein XFCE Desktop, glaube ich, nicht in meinem komplett produktiven Alltag einhaben, weil beispielsweise ich eine ganz, ganz spezielle Sache vermisse unter dem XFCE, was nicht so richtig nachgebildet ist. Und zwar eine Übersicht aller Fenster auf dem Desktop. Das kann ich in meinem Hauptrechner machen, indem ich einmal in die linke obere Ecke gehe. Das ist richtig, richtig cool, unterstützt Cinnamon beispielsweise. Und das ist so eine Sache, deswegen würde ich jetzt hier kein XFCE nutzen. Cinnamon kann man ja aber auch nachinstallieren, über das Aptos war es. Und das gefällt mir dann doch schon ziemlich gut. Ja, das wäre es soweit für heute gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video zur vorletzten Distribution in diesem Adventskalender. Macht es gut. Ciao.